wir sind ein bisschen spät dran ja ihr hört schon drinnen geht die post ab ich muss leider ich muss leider am bahnhof den vlog von gestern hochladen wenn mich den blog nicht überschneidet mit dem von heute und deswegen komme ich jetzt ein bisschen zu spät also das spiel hat schon angefangen aber ja die paar minuten ich glaube hertha kann schon dagegen halten junge was für plätze eine kurze frage wo genau muss ich hin vier sechs gegen die erste treffe gleich runter von der linken seite danke tschüss 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 platz gefunden es hat so lange gedauern tschüss 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 Das war die erste Chance in Werder. Erste haben sie gleich vorbei und Selke nur an Schonsen vergeben. Und der Schiedsrichter ist auch nicht gut. Okay Leute, ich glaube heute ist ein guter Zeitpunkt, um mein schönstes Stadion der Bundesliga auszuwählen. Das ist witzig. Und zwar kommt da warme Luft raus. Und wie das aussieht, alle versammeln sich drum. Aber erstmal kommt die zweite Halbzeit und dann gehen wir noch mal drüber. Das war nur eine Frage der Zeit, Mann. Zweiter hat er an übel Scheiße angefangen und Bayern hat prächtig Druck gemacht. Also bis zum 60. 60. Stimmdruck. Korte bei der München. Durchschnittsverschmeldung. 75. Karnapp kurzen. Man hat sie auch nicht gegenseitig. Entschuldigung. Man hat sie. Oh ja. Na das ist ja. Das ist ja. Oh, Digga, was für ein Burg von Jahrstein, Digga. Der Torhüttchen. Ja, der Torhüttchen hat es nicht gehalten. Jetzt guckt er es nicht an. Also ich meine ein Tor. Okay, sorry, noch Freistoß. Glück gehabt. Aber trotzdem, warum kriegt er Geld? Jetzt kriegt er Geld fürs Meckern. Ja, der Torhüttchen hat es nicht gehalten. Ich bin jetzt auch ein Urlaubschritt, weil es nicht nur ein Urlaubschritt. Also, bei aller Liebe, ey. Ich hatte die letzten drei Spiele, da war es kein Spiel, wo Bayern nicht der Elfmeter ging. Das war kein Elfmeter. Für mich auf keinen Fall. Ja, jetzt. Voll das Geschenk, finde ich. Voll das Geschenk für Robert Lewandowski. Sorry, Mann, aber für mich kein Elfmeter. Ganz ehrlich. Vielen, vielen Dank. Okay, Leute, ich vorzeitige jetzt feierabend, ne? Wie schnell das geht, ey. Okay. Okay. Boa lachист. Mein Gott. Allaan. Ballade. Digger, 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 Eieieieiei, das war schon eindeutig heute und Hertha will ja in drei bis fünf Jahren mit den Meisterschaften spielen. So Leute und trotz der Hinterlage muss ich sagen, das ist für mich das geilste Stadion der Bundesliga, jetzt habe ich es gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020